Ich würde sagen, er ist von dem alten Schloss erhalten geblieben, genau wie das alte Tor. Wann ist da wohl das letzte Mal Wasser geflossen? Nach Aussage von Eleanor muss Richard irgendwo in diesem alten Haus sein. Es scheint verlassen zu sein. Dee und J.B. Fraser. Die Namen kenne ich nicht. Abgeschlossen. Sie bewegt sich nicht einen Millimeter. Offenbar steckt der Schlüssel von der anderen Seite im Schloss. Offenbar steckt der Schloss. Das Haus scheint verlassen zu sein. Eine alte Zeitung. Ich will mir daran nicht die Hände schmutzig machen. Eine alte Zeitung. Nur ein paar Bögen Papier, einige Spielkarten und zwei Reagenzgläser. Davon brauche ich nichts. Der Boden ist schwarz, als hätte jemand darin etwas verbrannt. Das sieht nicht wie die Asche von Zigaretten oder Zigarren aus. Sonst ist er leer. Eine kaputte Öllampe. Damit kann ich nicht viel anfangen. Alte Kleinanzeigen. Dort wird wissenschaftliche Fachliteratur angeboten. Zwei Anzeigen sind mit Rotstift markiert. Er ist leer, bis auf die Asche. Er ist leer, bis auf die Asche. Er ist ganz dreckig. Ich will keinen Tee kochen. Ein Schürhaken für den Kamin. Nur Ruß und Asche. Offenbar hat es hier schon lange kein Feuer mehr gegeben. Sie ist fest verschlossen. Sie wird von einem sechseckigen Riegel gesichert. Wo ist sie hin? Wo ist sie? Sie ist nicht im Schrank. Es ist zu dunkel darin. Ich kann nichts erkennen. Ich kann darin nichts sehen. Ein Benzinfeuerzeug, der dort fehlt. Ich will mal etwas versuchen. Jetzt müsste das Feuerzeug wieder funktionieren. Herr Schinger. Ich bin es nicht im Schrank. Ich bin es im Schrank. Dies ist mit dem Schrank. Ich bin es nicht im Schrank. Damit kaufe ich auf das Haus. Da ist ein Riegel. Die Hinterwand vom Schrank lässt sich beiseite schieben. Hm, wo könnte der hinführen? Hinter einem alten Schrank entdeckte ich einen Gang und eine schmale Treppe, die nach unten führte. Ich stieg hinunter in die Dunkelheit und spürte einen Türknauf vor mir. Und als ich die Tür öffnete... Warum hast du dich so leise hereingeschlichen wie ein Dieb? Ich wollte gerade etwas sagen, aber du hast mich sofort entdeckt. Hm. Ich bin froh, dass du wenigstens nicht lügst. Die Probe in dieser Flasche war das Letzte, was ich von dieser Substanz hatte. Tut mir leid, dass ich dir Unannehmlichkeiten bereitet habe. Es war nicht meine Absicht. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ich brauche diese Substanz dringend für ein Experiment, das ich heute Abend durchführen will. Kann ich dir denn irgendwie helfen? Würdest du das tun? Ich werde es versuchen. Großartig. Die Flasche enthielt das Oxidationsmittel EX52. Es ist weder ungewöhnlich noch teuer, aber es war mein letztes und ich bekomme erst nächste Woche eine neue Lieferung. Nächste Woche? Tja, wir sind hier ziemlich abgelegen. In den umliegenden Dörfern gibt es nicht einmal Fleckenentferner. Und wo soll ich dieses Oxidationsmittel herbekommen? Wenn ich das wüsste, würde ich es dir sagen. Du könntest dein Glück in Leachdale versuchen, müsstest aber bis zur Abenddämmerung zurück sein. Wenn du dich beeilst, müsstest du es rechtzeitig schaffen. Am Dorfplatz ist eine Apotheke. Da musst du hin. Ich werde sehen, was ich tun kann. Es ist Bohroxidationsmittel EX52. Schreib es auf. Es hat eine kräftige blaue Farbe. Du kannst es nicht verwechseln. Ich verstehe. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich habe viel zu tun. Bohroxidationsmittel. Na großartig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das Ganze ist wahrscheinlich Richards Erfindung. Den Kabeln auf dem Boden nachzuurteilen, hat es etwas mit Elektrizität zu tun. Ich nehme eine. Ich nehme eine. Und Das Ganze ist mir. Zuerst muss ich dieses Oxidationsmittel finden. Er enthält bestimmt Chemikalien. Wissenschaftliche Bände. Physik? Astrophysik? Nichts, was mich interessiert. Eine technische Zeichnung der Maschine in der Mitte des Zimmers, würde ich sagen. Unter der Zeichnung sind viele nicht zu entziffernde Formeln und Bemerkungen. Das hat die gleiche Farbe wie der Inhalt des großen Behälters hinter mir. Das Zeug sieht ziemlich gefährlich aus. Die Ketten führen zur Decke des Turms. Wenigstens etwas Sonnenlicht fällt durch dieses Loch in der Decke. Die Kettenйstt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich werde es mit Wasser füllen. Ich habe die Tinte aus dem Federhalter in das Glas gefüllt. Die Tinte hat das Wasser kräftig blau gefärbt. Er ist etwas älter, aber noch dicht. Ich werde es mit Wasser füllen. Eine zwei Jahre alte dreckige Zeitung. Zuerst brauche ich Papier. Ich werde es mit Wasser füllen. Ich habe ihn angezündet. Diese Bretter scheinen neuer zu sein als die anderen am Haus. Jemand muss erst vor kurzem das Loch repariert haben. Die Treppe sieht nicht sehr stabil aus. Die unteren Stufen sind kaputt. Ich kann da nicht hoch. Da ist kein Eingang. Die hat jemand hier abgestellt. Nichts, was für mich von Interesse wäre. Durch das Loch kommt bestimmt eine Menge Wasser rein, wenn es regnet. Wenn Richard sich in diesem Haus auffällt, dann bestimmt nicht in dem Zimmer mit dem Loch in der Decke. Im Ofen brennt Feuer. Das Wasser im Kessel kocht schon. Das Wasser im Kessel kocht schon. Aus dem Kessel kommt Dampf. Das Etikett von der Flasche, die Richard zerbrochen hat. Dampf. 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 Können wir miteinander reden? Was wollen Sie? Also, was ist mit der Türklingel? Sie ist defekt. Was dachten Sie? Das müsste schnell zu reparieren sein. Ich muss nur dahinter kommen, was das Problem ist. In Ordnung. Ich glaube, ich gehe jetzt. Oh, Samuel. Wie gefällt es dir hier? Hast du dich im Garten umgesehen? Ja, es ist wunderschön hier. Da fällt mir ein, arbeitet Louis noch im Garten? Ja, er repariert die Türklingel am Haupttor. Kannst du ihm bitte sagen, er soll das später machen und jetzt den Rasen mähen? Natürlich. Ich sage es ihm. Zu lieb von dir. Darf ich dich einen Moment stören? Du störst mich nicht, Samuel. Ich unterhalte mich gern mit dir. Darf ich dich fragen, wie die Komposition heißt, die du da spielst? Das ist eine ganz alte Melodie. Ich liebe diese Musik. Sie ist so melancholisch. Wenn es dich interessiert, kann ich heute Abend wieder für dich spielen. Das würde mich sehr freuen. Ich habe Louis deine Nachricht überbracht. Bis zum Abend will er die Türklingel repariert haben. Danke. Ich glaube, ich gehe jetzt.